Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Robotik in der Industrie. Und Helmut und ich, wir sind ganz stolz, denn wir haben einen neuen Partner in unserem Podcast und zwar die United Robotics Group. Helmut, das hast du an Land gezogen. Wir freuen uns sehr, oder? Absolut. Ich bin richtig begeistert, dass wir hier einen tollen neuen Player am deutschen Markt gewonnen haben, sowohl von der Produktseite, die sehr breit aufgestellt sind und wir freuen uns natürlich auf die Zusammenarbeit. Sehr schön. Und wie in jeder Folge haben wir natürlich auch unseren Podcast-Partner in die erste Folge eingeladen, damit er sich mal ganz kurz euch vorstellen kann. Und zwar begrüßen wir heute Oliver Wagner, Director Business Development der United Robotics Group. Hallo Oliver. Hallo Robert, hallo Helmut. Hallo. So, erzähl mal ein bisschen was zur United Robotics Group. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Die United Robotics Group, Hauptsitz ist in Bochum. Im Ruhrgebiet. Genau, mitten im Ruhrgebiet. Vor dem Hintergrund, dass wir zu der RG-Stiftung, unser größter Anteil der RG-Stiftung ist und da sind die Wurzeln im Ruhrgebiet. Absolut. Genau, die United Robotics Group, wir sind europäischer Marktführer für den Bereich Service-Robotik. Die Gruppe gibt es seit 2020, wurde gegründet vom Thomas Hehn, der auch Gründer der Hahn-Gruppe ist und hat während seiner Tätigkeit bei der Hahn-Gruppe festgestellt, dass dieser ganze Bereich Service-Robotik, alles was nicht direkt in der Industrie beheimatet ist, durch die immer besser werdenden Sicherheitstechniken eigentlich ein eigener Bereich ist und diese Roboter eigentlich näher an den Menschen ranrücken können und hat vor diesem Hintergrund gesagt, wir müssen uns darauf fokussieren und hat vor diesem Hintergrund die United Robotics Group gegründet. Das heißt, nur Service? Nee, ihr habt auch Industrie-Robotik, oder? Der Fokus ist Service-Robotik. Industrie-Robotik geht in den Bereich zum Beispiel Intralogistik und zu der Gruppe gehört ja auch Reefink Robotics, Hersteller von kollaborativer Robotik. Das heißt, die geht in die Industrie rein, aber wir sehen uns wirklich als europäischer Marktführer für den Bereich Service-Robotik. Zu der Gruppe gehören, obwohl die Gruppe erst seit 2020 besteht, Unternehmen mit sehr langer Historie, beispielsweise Aldebaran, ehemals Softbank Europe gegründet 2005, oder die Firma Robotnik seit Anfang des Jahres, schon 20 Jahre Erfahrung im Bereich Mobile Robotik und insgesamt mit den Entitäten in der Gruppe haben wir halt weltweit über 40.000 Roboter im Einsatz. Zum Beispiel Pepper oder Now sind da zu nennen oder auch allein die Reefink Sawyer gibt es schon seit Jahren. Helmut, hast du das Gefühl, da ist so ein fließender Übergang zwischen Service, Inspection, Robotik in der Industrie? Gibt es da fließende Übergänge oder sagst du, da sind wirklich noch Grenzen wirklich reingezogen? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt sind tatsächlich noch Grenzen dort. Es verschwimmt allmählich, wenn man sich diese Gastro- und Service-Roboter anschaut. Ich glaube, auch da hat die URG gerade in Paris auf der Messe so einen Roboter vorgestellt. Ich glaube, das verschwimmt, wenn man sich aus der Vergangenheit Pepper und Konsorten anschaut, die ja eher in diesem Socializing-Bereich unterwegs waren. Das ist natürlich eine ganz klare Trennung zur Industrie zu sehen. Mit diesen mobilen Plattformen verschwimmt es jetzt ein bisschen, auch zu diesen EMAs und AGVs aus den Logistikbereichen. Zukünftig gesehen, glaube ich, muss dieses Vernetzen, dieses Verschwimmen und das Verständnis der Leute, und du bist ja, glaube ich, auch zu einer Medizinalveranstaltung. Die Ängste im Servicebereich zu nehmen, ist noch sehr viel wichtiger. Und ich glaube, das wird im Vergleich zur Industrie ja der deutlich größere Markt. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt, was wir da noch alles hören. Für mich heute noch eine klare Trennung, aber das muss zusammenlassen. Oliver, wie siehst du das? Sind da noch diese klaren Grenzen? Das verschwimmt immer mehr. Also muss ich zustimmen, dass es in diese Richtung geht. Und zwar unsere Vision fasst es eigentlich sehr gut zusammen. Wir als United Robotics Group haben uns auf die Fragen geschrieben, we empower people with technology und haben das versucht in unserer oder versuchen, das in unserer Vision, sogenannte CoBiotics auszudrücken. Eine Wortschöpfung, die im Prinzip mehrere Themen zusammenfasst. Co wie Kollaboration, Bio wie Emotion und Nachhaltigkeit, ein Bot natürlich für den Technologieaspekt. IoT steckt da auch noch drin für Verbindung und auch Wahrnehmung, für das Sensorik-Thema und X natürlich Diversität. Und dieses Thema, wir sehen das im Prinzip als die dritte Stufe der Robotik, die dritte Generation. Das erste war halt diese klassische Industrierobotik, wo ich wirklich einen Käfig drum machen musste und musste die einfach aus Sicherheitsgründen von Menschen trennen. Danach kam das Thema kollaborative Robotik und wir sehen jetzt unsere Vision in dieser dritten Generation, dieses CoBiotics-Thema. Im Prinzip, dass es wirklich noch näher an den Menschen rangeht, dass die wirklich Hand in Hand mit Menschen arbeiten und nicht mehr neben Menschen. Und dann verschwimmt es, ne? Und dann verschwimmt es, genau dahin geht es dann. Okay. Was steht bei euch gerade oder bei dir auf der Agenda? Jetzt steht bald Automatica an. Was kommt da? Was zeigt ihr? Was sind die nächsten Schritte? Auf der Agenda aktuell, wirklich der Fokus ist die Automatica. Wollt auch gerne alle ein, vorbeizukommen. Wir sind in Halle A4, Stand 310. Ja, geht da alle vorbei. Wir werden ja verschiedene Sachen vorstellen. Ein Fokus ist ja unser erster CoBiotics, Plato, der Servieroboter im Hospitality-Bereich. Und gleichzeitig werden wir auch ein paar Sachen vorstellen aus dem Bereich Inspection Maintenance, für den ich verantwortlich bin, wo man dann wirklich mal sieht, welche Vorteile die unterschiedlichen Plattformen darstellen. Zum Beispiel, ob ich jetzt was mit Quattropad nehme oder wirklich mobile Plattformen Räder betrieben, wo dann die Vor- und Nachteile liegen. Und was ganz spannend ist, nebenan wird ein separater Stand sein von Robotnik, die ja seit Anfang des Jahres zu unserer Gruppe gehören, wo man dann wirklich nochmal speziell den Fokus hat auf mobile Plattformen. Also man wird so dieses Ökosystem United Robotics Group auch nochmal besser sehen und verstehen. Das hört sich ja super spannend an, Helmut und ich. Wir gehen auf jeden Fall am Stand bei euch vorbei. Sag nochmal die Halle. Halle A4. A4. Stand 310. Stand 310. Also merkt euch das auf jeden Fall. Oliver, vielen, vielen Dank, dass ihr Partner in unserem Podcast seid. Freut uns sehr. Wir freuen uns schon, wenn ihr dann auch was in unserem Podcast berichtet über eure Lösung. Das machen wir etwas später. Vielen Dank für euer Engagement und ja, wir sagen schöne Grüße ins Ruhrgebiet. Vielen Dank. Danke, dass wir dabei sein können und schöne Grüße zu uns. Oliver, vielen Dank. Gute Zusammenarbeit. Danke dir. Ciao. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Marktgeflüsters. Unser Gast ist, wie immer, der Mladen von Unchained Robotics. Hallo Mladen. Hi Robert. Was gibt es Neues? Du hast gerade gesagt, am Wochenende hast du noch über Quantencomputer gesprochen. Heute kriegst du das Mikro noch nicht mal kalibriert. Was ist bei dir los? Ist nicht so gut gerade? Ja, genau. Wir haben uns ja auch noch letzte Woche gesehen. In Paderborn gab es das. Das sah es noch ganz gut aus. Das hast du noch hinbekommen alles. Ja, das Robotics-Service war da. Das habe ich auch noch alles halbwegs hingekriegt. Und heute morgen sitze ich hier und muss das Mikro anschließen und plötzlich geht nichts. Aber als so ein Digital Native schaltet es mal einmal aus und wieder an. Zack, funktioniert wieder alles. Also tippee tippee. Machst du beim Roboter auch an, aus und dann läuft er wieder an. Das sind die meisten Service-Einsätze, die wir haben. Machen sie mal an und aus, dann funktioniert es wieder. Ja, leider nicht immer die Wahrheit, aber genau. Ey, lass uns mal ein bisschen, was hast du mitgebracht ins Marktgeflüster? Ja, wieder so mal drei Kategorien, würde ich sagen. Aktivitäten und Trends auf der Plattform. Was passiert so ein bisschen in dieser Startup-Welt? Jetzt haben wir so den Blick auf das erste Quartal, vielleicht auch noch so inklusive April. Und dann so ein bisschen Gerüchte hinsichtlich Automatika. Okay, dann lass mal Gerüchte Automatika starten. Damit starten wir sofort. Wahnsinn. Gut, du willst immer sofort den Gossip haben. Ja, das ist so, die ersten Klick zahlen sofort, wir müssen sofort raus damit. Bam, bam, bam. Genau. Gerücht oder vielleicht etwas, so eine Analyse vielleicht auch so ein bisschen. ABB wäre das große Thema und zwar haben die zuletzt ein Tool rausgebracht, um schnelleres Teaching von Schweißanwendungen dem Coburn zu ermöglichen. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen, ja. Genau. Das ist wieder ein komplett eigenentwickeltes Produkt. Das System ist auf den Gopher ausgelegt und die fallen ja immer so den Weg des geschlossenen Ökosystems. Also man entwickelt eigene Lösungen, will dann irgendwie den ABB-Way sicherstellen. Robotic Studio oder wie heißt das Tool von denen? Robot Studio ist quasi diese Softwareumgebung. Genau, weil die jetzt immer so diesen Weg gehen als geschlossenes Ökosystem, müssen sie natürlich immer selber die Dinge entwickeln. Nicht so jetzt wie bei anderen Konkurrenten so ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten und ziehen jetzt nach in der Schweißanwendung. Wenn man so tief im Prozess drin ist, hat man auch immer diesen Weg gewählt, eigene weitere Produkte mit anzubieten. Also bei ABB gibt es ja auch den Flexloader und keine Ahnung was, also für die Maschinenbestückung. Und jetzt geht, denke ich mal, auch der Trend hin zum weiteren Coburn-Schweißen. Das heißt, man munkelt so ein bisschen komplett eigene Schweißsysteme von ABB. Also angefangen vom einfachen Tisch, der da gebaut wird, über so eine mittlere, komplizierte Anwendung, ein bisschen so richtig komplett komplex und CE-zertifizierte Zelle, die man anbieten wird. Das ist so, wenn man sich das anguckt in den anderen Bereichen, vom Machine-Tending oder auch zum Teil im Palette-Tizing, dann sieht man sowas schon auf der Website. Beim Schweißen, vor allem im Coburn-Bereich nicht. Ich glaube, das könnte so ein Thema sein für die Automatiker. Meinst du, wo hast du die Informationen schon wieder her? Naja, aus dem Netzwerk. Zum Glück sind wir ja viele hier in dieser Robotik-Industrie. Und am Ende des Tages ist ja auch so ein bisschen Beobachtung. Was hat man denn schon vorher alles gemacht? Was fehlt in diesem Coburn-Bereich? Ich bin gespannt, ob es das dann auch wird. Ja, das ist dann stimmt, was du hier für Gerüchte in die Welt setzt. Aber wenn man schon dabei ist und darüber dann spricht, was fehlt denn dann eigentlich noch beim ABB? Beim Schweißen kommst du ja nicht unbedingt weit mit so einem 950-Millimeter-Reichweite-Roboter. Stimmt. Also gibt es da eigentlich nur zwei Optionen. Entweder gibt es die siebte Achse oder es gibt vielleicht größere Roboter, die da auch noch mit vorgestellt werden. Sehr spannend. Wir kommen ja nur von der Analyse. Wir gucken uns an, was gibt es schon da. Das gibt es wegen weiteren Möglichkeiten. Und was hat da schon ABB im Portfolio? Und das wäre zumindest so in Richtung Automatiker jetzt, glaube ich, schon der Zeitpunkt, auch die Dinge dann so zeigen, wenn man jetzt schon eine kleine Schweißanwendung gezeigt hat. Sehr spannend. Hast du noch was? Das ist das größte Thema, was wir im Gerüchteküche hier haben. Dann lass uns mal auf deine Plattform schauen. Genau. Geht da gerade. Ja, wir sehen ja jetzt erstmal generell den Markt. Geht überhaupt was? Das zum Glück ja. Sogar wieder weiteres Wachstum auf den Nutzerzahlen. Das ist schon mal gut. Aber so der Trend ist gerade ja so ein bisschen irgendwie Einsparung. Trotzdem weiterhin irgendwie einer der Spitzenreiter ist der UR10. Da wird trotzdem sehr fleißig angeguckt und geklickt. Aber eine neue Kategorie, die jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, ist der unserer ROI-Rechner. Das heißt jetzt in der Recherche der wahrscheinlich Mitarbeitenden, die irgendwie suchen, was für ein Router könnte uns sonst passen, wie schnell rechnet sich das Ganze, wird plötzlich der Calculator sehr, sehr viel häufiger geklickt. Also eine genaue Ableitung lässt sich jetzt da nicht irgendwie schließen. Aber es wird vermutlich schon viel eher in der Recherche Wert darauf gelegt, dass sich das Ganze rechnet. Und glaubst du, dass es dann konkreter wird? Dass dann die Anfragen einfach sehr spezifischer werden, das nehmen wir schon wahr. Also es gibt jetzt immer weniger von denjenigen, die sagen, oh, ich wollte jetzt einfach mal gucken, was es so gibt. Und vielleicht könnt ihr mir einfach mal einen Roboter zeigen. Die Anfragen, wenn die kommen, sind schon sehr spezifisch auf dem Thema ausgelegt. Erklär mal kurz euren ROI-Rechner. Was kann der genau? Erst mal ein relativ einfaches System. Also man kann die Gesamtkosten seiner Roboteranlage einspielen. Daraus berechnen wir schon mal geschätzte Strompreise, die verbraucht werden. Dann gibt es die Möglichkeit, Schichten und Mitarbeiteranzahl in dieser Schicht mit einzugeben, die gerade dann läuft. Aber auf der anderen Seite auch, wie viele werden denn benötigt, um diese ganze Anlage dann weiter zu betreiben. Genau. Und dann quasi so Nutzungsdauer, was man so erwartet. Und daraus errechnet sich dann eine Amortisationszeit letztlich. Also wann habe ich mein Geld zurück, wenn ich einen Roboter bestelle oder ein System bestelle. Und wenn du mal deine Daten schaust, was geben die da an? Wie viele Schichten, wie viele Mitarbeiter sind das? Sind das eher kleinere, größere, die den Rechner machen? Sind eher größere, die diesen Rechner auch benutzen. Also schon meistens dann irgendwie zwei- bis dreischichtig die Daten, die wir da sehen. und vor allem, ich sage mal, auch größere Anlagenpreise. Das sind gerade auch Themen, mit denen man sich beschäftigt, die eher komplizierter sind. Ja, weil man glaubt, aus einer größeren Anlage und größer verkettet, direkt irgendwie den größten Mehrwert rauszuziehen. Und wenn du jetzt mal auf den Markt schaust, da ist ja schon ein bisschen Krisenstimmung, ne? Ja, wir hatten das ja im letzten Geflüster, das ist ja ein bisschen angesprochen. So ein bisschen hatte sich der Knoten gelöst. Also wenn man so ein bisschen darüber spricht, dann war das erste Quartal hin im März zum Ende hin optimiert worden. Also von wegen keine Ausgaben, damit das erste Quartal gut aussieht. Dementsprechend wurde weniger beauftragt. April und Mai scheinen wohl, dass der Knoten etwas gelöst wurde. Trotzdem sind zum Teil die Roboterhersteller hinter den Erwartungen. Und nach unserem letzten Gespräch kam dann auch einer aus der Industrie nochmal auf mich zu, Kollege, und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was für Auswirkungen hat das denn eigentlich für unsere Integratoren, die wir hier in diesem Markt haben. Das klingt schnell die Luft aus, oder? Genau, die sind meistens nicht mit großen Gewinnmargen im Markt unterwegs. Sehr viel Dienstleistung. Und wenn die Roboter nicht verkauft werden, heißt das auch, es gibt weniger Dienstleistungen in dem Bereich oder halt gesamte Anlagen, die dann installiert werden. Das könnte vor allem bei den Integratoren für Druck sorgen. Da wäre so ein bisschen die Überlegung, was kann der Robotikverband beispielsweise ja tun, um da irgendwie Förderprogramme oder ähnliches mal aufzuzeigen, wo die Integratoren dann letztlich irgendwie Geld herholen können, um dann Aufträge wieder schneller reinzubekommen. Aber die Landschaft sieht da eher schwierig aus. Das heißt, hier bleibt abzuwarten, ob die Integratoren nicht Stück für Stück in Schwierigkeiten kommen werden, weil die Roboter weniger verkauft werden. Das heißt, nur die Großen überleben. Leider ist das meistens so in so einem Markt, ja, dass diejenigen, die genug... Oder die Spezialisten, ja? Oder die Spezialisten, genau. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass nicht alle Fabriken jetzt aufhören irgendwie zu investieren, aber dann ganz speziell in den Bereichen, wo es super schwierig ist, sonst eine Lösung zu finden und dass da die Spezialisten immer noch ihren Grund haben, weiterzumachen. Letzte Rubrik Startups. Was hast du da mitgebracht? Ich würde gerne einfach nur nochmal vielleicht zu der Übersicht nur noch sagen, was sind noch spannende Roboter oder Kategorien, weil die letzte Entwicklung mit dem AOI-Rechner zeigt ja auch, dass dann generell auf günstigere Preise optimiert wird. Vor allem die Roboter, die sehr günstig sind, fangen an, beliebter zu werden. Unter anderem dann auch irgendwo der Dobot oder zum Beispiel der Neura. Da hat vor allem die Lara-Serie. Also da scheint es schon jetzt im Markt mehr und mehr diesen Weg zu geben, günstigere Roboter anzuschaffen. Okay, und das heißt, auch viele Nachfragen für deine Plattform aus Asien, dass die sagen, wir wollen auf eure Plattform drauf? Dass die asiatischen Hersteller auf die Plattform wollen, eher weniger gerade. Also das haben wir im letzten Jahr ein bisschen mehr gehabt. Das ist tatsächlich eher andersrum, dass jetzt mehr und mehr Kunden nach asiatischen Robotern nachfragen. Ja, dann erzähl uns noch, hast du gesagt, ja, Roboter und so, aber du wolltest noch was aus den Startups erzählen im Laden? Genau, da gab es vor drei, vier Tagen Bericht vor dem Robotic Business Review. Das hat wieder Zahlen veröffentlicht und zwar im März gingen knapp 526 Millionen US-Dollar in Robotik-Startups. Ist das viel oder wenig? Ja, seit Anfang des Jahres sind es ungefähr 1,6 Milliarden. Das ist schon auch im Vergleich zu der Markt ist generell nicht so beliebt. schon nicht gerade sehr wenig, aber hier muss man sagen, Vorsicht, Robotik-Startups sind auch alles mögliche Sachen wie autonom fahrende Autos oder autonom fliegende Drohnen. Ja, genau. Das ist das Problem der Definition hier. Wenn man das sich anschaut, dann ist fast ein Viertel, also 120 Millionen US-Dollar sind nach Europa geflossen. Und jetzt, Achtung, davon ging fast die Hälfte in die Schweiz. Hä? Genau. Das hat man gar nicht so unbedingt auf dem Schirm, oder? Was ist denn da los? Vor allem, weil sehr viele Drohnen-Themen in der Schweiz sind. Das sind Anwendungen, wo Landflächen gemappt werden mit Drohnen oder auch Überwachung gefährlicher Orte wie irgendwie Minen oder dann halt letztlich eine Anwendung in der Intralogistik. Das sind Startups, die waren schon auch in einem höheren Reifegrad. Die haben dann etwas mehr Geld eingesammelt. Ein Startup, was da dabei ist, möchte auch durch AI-Anwendungen die Programmierung von Industrierobotern einfacher machen. Das war eher noch ein sehr frühes und anfängliches Investment. Aber in der Schweiz scheint einiges los zu sein. Ja, vor allem im Drohnen-Bereich. Das war mir gar nicht so bewusst. Ja, wenn man die Startups nennen darf, dann ist das zum Beispiel eine Verity, die dann Inventory-Checks waren in Large Warehouses, also im großen Lagersystem. Oder auch zum Beispiel die Flyability, die dann zum Beispiel Untersuchungen machen in so Minen, ja, also wo so Inspektionen gemacht werden. Ja, also diese Summe überrascht dann schon, ne? Also die Hälfte des Geldes in Europa liegt dann ab in die Schweiz, ja? Ja, absolut, absolut. Also das hat mich dann auch sehr überrascht. Deswegen dachte ich, ich bringe das mal hier mit rein, damit wir so ein bisschen unseren Horizont gemeinsam erweitern. Ja, absolut. Ja, du Bildungsauftrag. Aha. Und dann nochmal ein wichtiger KPI, um das nochmal wieder zu zeigen, dass das Geld, das übrige Geld, ja, ging zu 205 Millionen nach China und 176 Millionen in die USA. Das heißt, in China wurde mehr finanziert und mehr gemacht im Robotik-Bereich als in den USA. Das zeigt auch wieder, dass da ein Know-how über die letzten Jahre extrem aufgebaut wurde und sehr, sehr viele Themen jetzt dort auch finanziert und gebaut werden. Aber da kriegen wir nichts mit oder kriegst du da was mit, was da geht? Relativ wenig. Das sind auch noch nicht so viele von denen hier irgendwie rübergeschwappt. Also Dobot war ja zum Beispiel eins dieser Startups, die finanziert wurden und dann den Weg in den europäischen Markt gesucht haben. Aber ansonsten sind das wirklich sehr viele Indoor-Mobile-Robot-Applikationen oder humanoide Roboter, die da auch zum Beispiel gebaut werden, von denen wir hier aber noch gar nichts sehen. Apropos Indoor-Robotik, ich muss noch eine kurze Geschichte vom Robotics Summit in Paderborn erzählen, auf dem wir beide waren. Mich hat das so geflasht, da war jemand, der hat erzählt, dass sie einen Slam-Algorithmus, den wir alle aus den AGVs und AMAs kennen, in einer Niere nutzen, um sich zu positionieren und eine Karte von der Niere zu zeichnen. Abgefahren. Das hat mich so geflasht, das wollte ich nur noch mal kurz hier bringen. Wir haben auch eine Folge dazu aufgezeichnet. Also sehr, sehr spannend, was ihr da in Paderborn auf die Beine gestellt habt. Ja, Chapeau. Ja, echt, also ich bin total begeistert von den Menschen, die da waren. Ich habe so viel in Einzelgesprächen gelernt, das muss ich immer noch verdauen. Also von Brain-Computer-Interfaces über irgendwie Quantencomputer und das eigentlich alles ursprünglich mit einem medizinischen Fokus, war, glaube ich, genug da, um irgendwie zu lernen und sich mal vorzubilden. Und was ich ganz spannend fand am Laden, die Probleme, die die Medizin hat, oder was ist das Problem? Die Herausforderung, die die Medizin hat, hat die Industrie genauso. Kollaborative Systeme, modulare Systeme, wechselnde Systeme, einfaches Plug-and-Play und was bei der Medizin noch dazukommt, da war ja, die haben ja noch nicht mal teilautomatisierte Systeme, sondern das ist ja noch alles sozusagen ganz, ganz vorsichtig am Anfang mit der Robotik in der Medizintechnik. Und da erleben wir, glaube ich, auch nochmal einen riesen Schub in dem ganzen Bereich, wenn es um Robotik und Medizintechnik geht. Ja, absolut. Und vor allem, wenn man dann über die fehlenden Effizienzen spricht, also dann waren das ja zum Teil Chirurgen, die da ihre Kennzahlen offengelegt haben. Eine Minute Verspätung im OP kosten 60 Euro und in der Regel sind drei Stunden eines OPs an einem Tag Leerlauf, weil irgendwas fehlt, weil irgendwer nicht rechtzeitig da ist und so weiter und so weiter. Das heißt, OP-Zeit verkürzen, weil man effektiver wird und irgendwie Krankenhausprozesse optimieren und schneller die Leute durchbringen, wäre ein extremer Hebel und da kann ja Technologie, sowas wie Robotik, extrem helfen. Die Kollegen von KUKA waren auch da, die haben sich das ganz begeistert angehört, welche Probleme es gibt. Okay, genau, ganz fleißig mitgeschrieben. Da bin ich mal gespannt, ob in Zukunft da der Medizinbereich wirklich besser und automatisierter wird. Laden, vielen herzlichen Dank und schöne Grüße nach Paderborn. Schöne Grüße zurück, danke. Robotik in der Industrie Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber Der Podcast mit Helmut Schmidt Doktor